Wollen wir mal kieken, ne? Seelein ist halt scheiße. Ich seh hier nichts. Im Dorf seh ich doch nichts. Weiß nicht, vielleicht steht da drüben irgendwas. Sind die denn alle hier, man? Fünf Leute, ach du scheiße. Jo, ich glaub's auch. Glaubst du? Was sind die Leute denn hier? Gute Scheiße. Fuck, 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 fuck. Ich bin leicht am Arsch. Ich bin leicht am Arsch. So, ich geh mal erst in die Luftwaffe, ein bisschen spielen hier. Hm? Ich seh hier keinen, okay. Perfekt, den hätten wir. So läuft das. Irgendwo steht da alles zu. Ich weiß aber nicht, wo. Vielleicht ist es mir auch egal, wo da steht. Oh, da kommt ein Schwimmfahrzeug, Alter. Jetzt ist aber... Schwimmfahrzeug? Ja, macht ihr keine Sorgen um den Apparat. Ich hab auch schon einen Panzerfaust. Ah, da drüben. Das Schwimmfahrzeug ist leer. Ja, ich hab eh verkauft. Ah, nee, das ist ein Panzer. Ah. Ja, ich hab mal den Typen... Ja, aber der ist unbemannt. Der Typ, der drinnen saß, hab ich rausgeballert mit der HE. Ihr Moin. Ja, ich seh da drüben schon wie ein Tank hier oder irgendwas, keine Ahnung. Das war clever. Was kommt denn hier rüber? Hier kommt noch irgendwas über die Brücke. Das Problem, was ich hab, ist, ich hab halt nur HE in meiner B2, ne? Ist... Bisschen useless dann. Ja, ja, ich glaub's auch. Ein Tankdriver mit einer Mosin. Kriegen nur Russen hier nicht. Ich schieß halt immer auf die Panzer mit der HE nur drauf, in der Hoffnung, dass quasi irgendjemand daneben steht, der das repären wollte, oder dass der Typ selber rausguckt. Irgendjemand von da unten kommen, oder was auch immer. Ah, sehr schön. Ja, ich glaub's auch, du kleines Miststück von T34. Wait, Tankdriver, was haben wir denn hier? Wir haben HEADS her. Ne, mach ich aber nicht. Ah, Stuck könnte ich machen. Ah, komm, ich probier mal Stuck hier. Oder ist aber einer wie nicht. Ja, erst mal T34 wegrauen hier, ne? Aber bei C3 sitzen schon ein paar Dullis, ne? Rambos, oder? Ne, ne, Dullis. Ich merk's, aber irgendwie unsere ganzen Mates sind in der Luft hier. Ich fliege mindestens fünf Flieger. Das bringt uns halt wenig. So, ich hab da schön reingebombt, hab aber auch nur einen bekommen von den Dullis. Ihr müsst das mal mit der Infanterie reinigen. Äh, ja, ich bin grad im Tank drin. Ich weiß nicht, was mit den restlichen Leuten hier ist. Wie gesagt, einen sehe ich, äh, fünf Leute sehe ich als vier. Ah, der sitzt im Haus wahrscheinlich. Okay, da, oh, da kommt ein Truck. Den Truck verleibe ich mir ein. Ja, wenn du triffst, wär das schön. Ne, ne, hab ich hier auch noch, äh, leider kommt irgendwas, ne? Ja, der Truck hat schon gut kassiert. Ich muss den halt nur noch finishen, ne? Ah, ne, ist ein Paratrooper-Teil da. Keine Ahnung. So, gleich geh ich mal rein hier, weil sonst wird's zu gefährlich. Ist genau. Ich glaub, der Truck ist eh tot. Okay, ich geh mal rein. Geh mal rein. Auf die landeten Paratrooper, ne? Also nicht, äh, ne, der läuft auch weiter. Ach du, natürlich von hinten. Natürlich. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Irgendwo hinter mir, ich weiß es nicht. Ist das ein Panzer oder? Ist das ein Panzer oder? Bei C2, bei C2 wahrscheinlich. Ach so, ja gut. Ja gut, ich hab erstmal rauf gehalten, da war es aber nicht. so viel. Wir haben noch ein King Tiger. Ja, wir verlieren das Match, wir haben gar keine Infanterie am Boden, Alter. Ist aber mir egal, das ist ja ein Stage, ich will ja auch ein bisschen Warm-up. Ich hab bloß erst realisiert, dass es Stage ist. Ach so, hab gesagt, erstmal ein kleines Warm-up. Ich wollte eigentlich MG 34 spielen, aber wenn ich dann Luftwaffe hab, ist es immer natürlich... Luftwaffe wird immer gespielt. Ja, komm du Miststück, ey. Jo, der gönnt sich meine Stuck dagegen. Ach nee, Moment. Das, das lass ich mir jetzt nicht gefallen. Moment. Den haupt sich mal kurz. Bis der die Stuck freigeschaltet hat, bin ich längst bei den, hab ich den Hader reingedrückt. Diese kleine Drecksrusse hier. Moment. So, das ist aber erstmal das Schicht im Schacht. Nee, ganz im Stage, bei Russen kannst du es vergessen. Hm, hast du irgendwo eine Ahnung, wo viele Gegner sind oder ein Panzer? Äh, die hocken da legen wir in den Wald da. Einen Tank hab ich jetzt nicht gesehen, aber... Kannst du einfach vergessen, Stage. Ich meine, im Krieg kriegst du ja wenigstens ein paar mehr Point hier. Ja, ja, das ist jetzt ja auch hier einfach nur so. Oh, ich merke gerade, landen wir jetzt vielleicht nicht so gut. So. Ich geh jetzt mal direkt C3 hier mit dem Paratrooper, vielleicht bringt's was. Ja, ich muss jetzt erstmal auf die andere Line rüber. Hm. Hm? Ich weiß noch keiner. Alter, jünger, das ist das ja immer... Gibt mir jetzt keiner? Oh, ja, natürlich. Natürlich. Alter, der Kollege schreibt gerade so. Haha. Boah, einfach herrlich. alle kannst du leider nicht ja auch das ist kein problem wochenende ist ja noch lang genug wer kann heute nicht wer hat geschrieben nilix hat er geschrieben ach so es war jetzt ein zufall nee nee ich habe gerade einen privaten kollegen gemeint der hat geschrieben die bei feuerwehr die ausbildung macht gerade bock der macht gerade pa ausbildung digga der durfte gerade durch mit dem anzug durch die kiste robben da bist du eine riesige lange holzkiste oder so geschrieben durch gespürzt wie ein erneut ihr ja ein meint jetzt mit mal wieder ab hier holt ich jetzt okay jo 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 ich höre ich nur ganz schlecht hier ja ja das erste game noch oder ist der taub ich noch mal kurz ein tausend rein dann ergeben wir aber nicht mehr der der auch nicht erst der der ist das internet gerade in mir ist auch gottes internet von daher holy shit gremi bis noch da jetzt geht es aber wieder das war mal wieder zum rückler so ne game ist nicht an mir und dann ist er wahrscheinlich einfach random weggegangen oder ich wollte nicht was so wie sie ist eigentlich moment mal kurz hier wie sieht eigentlich aus mit den mit der klaren seite ist ja gefährlich schon lange die sind der beta lange ja 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 und das release ist bisher geließe ist die public beta public ist released aber die ist halt noch nicht offensichtlich fertig so wenn bf 20 42 dann da ist dann ist sie fertig dann weil wir machen dann kommt wenn das neue designs neue bilder alles das kann sagen dass ein paar was hinzufügen aber halt auch so so ein paar sagen wegen dem bettel viel mehr das haben gefügt haben dann ist das fertig so war der jamie ist er denn glaubt er ist nicht nur anwesend was macht denn er ist das denn für ein sniper mit der mp 40 der jenny nun schlecht ist auch mal wieder beschäftigten ding alle meister nene das würde er einfach sagen wenn er das machen würde oder internet abgekackt wie bei mir der volo ja das kann so um die dinger sind ja auch schmutz er vielleicht so hätte er so eine art wie rosa so keine ahnung für eine art wie muss alle ich glaube es überschleppt die direkt auf die anderen Prozent user im Discord über aber bitte doch so sich schon im game müssen nicht einmal die Russen haben die Geist bei ihr im Krieg alles klar es ist jetzt schlicht der Weg in die in der Klinik mir ist noch nicht in dem nö ich hab mich jetzt einfach mal gefreut brauchst du aus